Hallöchen ihr Lieben! Also jetzt erstmal nicht wundern, Entschuldigung, die Haare sind nass, nicht fertig. Nass. Als ob ich so vor die Kamera gehen würde, sonst auch. Egal, okay, ich fange jetzt mal an. Also, in der Überschrift steht schon, es kommt die Contest-Auflösung und ich habe lange gebraucht, das tut mir voll leid, aber ihr wart alle echt schweinegut, das ist echt, oh, es tut mir echt voll leid für die, die jetzt nicht gewonnen haben, wirklich. Weil alle haben sich so Mühe gegeben, das ist echt fies jetzt, weil am besten, ich mache nie wieder einen Contest, weil ich habe dann voll das schlechte Gewissen jetzt. Weil es können ja nur drei gewinnen und es haben 50 mitgemacht. Also, dass es so viele werden, habe ich jetzt nicht gedacht. Also ich dachte schon, dass ein paar mitmachen. Ich meine, ich habe schon einige Abonnenten, aber so viele? Also danke, dass ihr alle so zahlreich mitgemacht habt und es hat mich echt total gefreut und total, total, total alles. Und ihr wart wirklich gut, ihr wart wirklich gut. Es ist mir echt schwer gefallen und deswegen kommt das Ganze jetzt auch so spät erst. Aber es kommt. Und ich fange jetzt mal an und zwar mit dem dritten Platz, weil ich würde euch nicht länger auf die Folter spannen. Und den dritten Platz hat gemacht Schminkfreak. Und damit ihr nochmal wisst, was sie gemacht hat, also sie hat sich als Hund geschminkt. Das ist zwar total außergewöhnlich und so, aber ich fand das gut, denn ich kann das total nachvollziehen, was sie da gesagt hat. Kamerasausgang. Also ich kann das voll nachvollziehen, weil ich hatte ja jetzt ja keinen Hund, aber ich hatte mal Meerschweinchen und ich kann das so nachvollziehen. Die gucken einen auch so an und ja, die sind einfach so toll dann und die sind so lieb und man liebt sie einfach und die sind einem total wichtig. Und Hausfiere sind einfach, weiß ich nicht, da kommt fast nichts drüber. Also deswegen, ich konnte das so nachvollziehen, dass du dich dann als Hund quasi dann geschminkt hast und das sah auch dann so süß aus, wie du dann auch in die Kamera geguckt hast und versucht das nachzumachen, weil die gucken dann wirklich so. Und ja, deswegen hast du den dritten Platz gemacht, weil ja, das hat mich dann auch berührt und ich fand das so, ja, das stimmt einfach. Das stimmt einfach, dass das so toll ist. Und ja, also du hast den dritten Platz gemacht. Ich blende dir, glaube ich, einfach nochmal das Foto ein von den Preisen, weil dann weißt du nochmal, ja, was das nochmal war. Und ja, dann komme ich jetzt zum zweiten Platz. Und der zweite Platz, das hat gepasst wie Piep auf einmal. Also ne? Wirklich. Du saßt am Ende, ich sag jetzt extra nicht deinen Namen, haha, du saßt am Ende wirklich fast aus wie das Original. Ich hab jetzt gerade den Namen von ihr vergessen. Das ist aber egal, weil es geht um dich. Pseudo-Erbse. Ja. Ja. Jetzt bin ich, keine Ahnung. Wer sagt das immer? Elin Sieler, glaube ich. Die sagt immer Psycho-Erbse, aber du heißt Pseudo-Erbse. Wieso hab ich jetzt Psycho-Erbse? Na, egal. Okay, also Pseudo-Erbse. Du hast den zweiten Platz gemacht, weil du hast das so toll hingekriegt. Du sahst echt genauso aus wie sie. Und du hast es auch schön begründet, dass du Fan bist. Und ich hab dir abgenommen, wirklich, dass du so schon mal aussehen wolltest oder dass das für dich was bedeutet. Weil darum ging es ja auch. Es sollte euch was bedeuten, wenn ihr euch so schminkt, dass das euch berührt. Und dass ihr, ja, ihr wisst ja. Ich wiederhole diesen ganzen Contest. Okay, auf jeden Fall. Das hat mich echt überzeugt und du sahst richtig schnieke aus. Also wie das Original, wie gesagt. Und deswegen hast du den zweiten Platz gemacht. Und ich blende dir jetzt auch nochmal deine Preise ein. Ja, und dann kommen wir zum ersten Platz. Und es tut mir auch so leid, wenn ihr alle nicht gewonnen habt. Aber ich muss mich ja entscheiden. Und ich hab mich jetzt entschieden für den ersten Platz. Das hat mich einfach komplett vom Gesamtbild so überzeugt. Das sah so geil aus am Ende. Und das war echt der Burner. Also es sieht richtig gut aus auf dem Video. Und ja, es hat mich einfach komplett überzeugt. Und das war ganz süß und so mit Kindheit und als Erinnerung. Und ja, also, was soll ich sagen? Ja, ich sag's jetzt. Inka Schminker. Du hast gewonnen. Du hast den ersten Platz gemacht, weil du so, so toll aussahst. Und das so gut umgesetzt hast. Und weil du so schön erzählt hast. Und weil ich das auch nachvollziehen kann. Und weil das so toll ist. Und ja. Du hast mich einfach komplett überzeugt. Du bist echt total toll. Also ich bin jetzt echt Fan von dir geworden. Ich hab dich extra nicht abonniert, als ich das dann gesehen hab. Weil ich dachte so, nee, wenn ich die jetzt abonniere, dann weiß die Direktor, oh, die mag mich. Die hat vielleicht, mhm. Deswegen mach ich das jetzt erst. Aber ja. Du warst richtig, richtig, richtig toll. Und deswegen, das sah einfach so toll aus. So das ganze Gesamtpaket. Das hat voll gestimmt. Und deswegen hast du jetzt gewonnen in den ersten Platz. So, und hier sind deine Preise nochmal alle. So, und genau in diesem Moment ist die Coco live auf BlogTV. Und wir haben da sowas abgemacht. Und ja, ich schwenke euch jetzt mal rüber. Moment. Oh, ich habe einen Auftrag von der Kolchen. Kolchen hat einen Contest gemacht. Und hat soeben in ihrem Video den Gewinner bekannt gegeben. Und wer auch immer es ist, ich weiß es nicht. Aber lieber Gewinner, ich wünsche dir auch alles, alles Gute mit deinem Gewinn. Und du hast es mit Sicherheit verdient. So. Also ich habe Coco gehört. Sie freut sich auch für euch. Sie wusste jetzt, glaube ich, nicht, dass es drei Plätze gibt. Aber ja. Okay. Dann alles Gute für die ersten drei. Also für die dritten, ne? Ihr wisst, oh Gott. Jetzt bin ich verpeilt, egal. Auf jeden Fall. Glückwunsch nochmal an den ganzen Gewinnern. Und ja, für die, die nicht gewonnen haben, fühlt euch gedrückt. Ich fand euch alle wirklich super. Aber ich musste mich ja irgendwie entscheiden. Und ich wollte es jetzt auch nicht per los machen, weil das ist dann so, weiß ich nicht. Dann hätte jeder irgendwas machen können und weiß ich nicht. Aber okay. Die Kamera geht aus. Nein. Tschüss.